Herzlich Willkommen zum Impulsvortrag der WSM zum Thema Fahrradparken. Mein Name ist Andreas Hombach und ich leite bei WSM das betriebliche Mobilitätsmanagement und das Key Account Management. Unser 1958 gegründetes, inhabergeführtes Familienunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt mit seinen rund 260 Mitarbeitenden an zwei Standorten vier zentrale Geschäftsfelder. Unsere mobilen Raumsysteme finden Verwendung als mehrgeschossige Verwaltungsgebäude, als Sanitärmodule, als Pförtnerhäuser oder als Aufenthaltsräume in Produktionsstätten. Unsere Überdachungssysteme werden als Raucherüberdachungen, Einkaufswagenüberdachungen, Fahrradüberdachungen oder als Kommunikationsräume im öffentlichen Bereich eingesetzt. Unsere Fahrradparksysteme sind ebenfalls modular. Vom kleinsten Pedalparker für die heimische Garage angefangen bis hin zu mehrgeschossigen Anlagen für den öffentlichen Raum ist alles dabei. Unsere Informations- und Displaysysteme bringen die Informationen zu dem Abnehmer. Dabei beginnen wir mit Klapprahmen im DIN A4-Format, über die Schaukästen, Vitrinen, Wegweiser und Leitsysteme bis hin zu den Werbepilonen. In unserem Slogan steht Qualität in Metall. Diese Qualität lassen wir regelmäßig prüfen und zertifizieren. So besitzen wir zum Beispiel eine Präqualifizierung nach VOB. Für unsere Architekten und Planer ist auch die Typenstatik sehr wichtig, die viele unserer Produkte gleich mitbringen. Die Kreditreform hat uns eine außergewöhnliche Bonität bescheinigt. Wir engagieren uns für die aktive Mobilität von morgen. So sind wir Mitglied im Netzwerk Intelligente Mobilität NIMO, im Netzwerk Driversity und in vielen anderen Organisationen, die sich für nachhaltige und intelligente Mobilität engagieren. Ein wichtiger Faktor der nachhaltigen und intelligenten Mobilität ist das Thema Fahrrad. Seit 2013 nimmt die Fahrradnutzung in Deutschland ständig zu. Mittlerweile nutzen ein Drittel aller Deutschen das Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit. Selbst in der Innenstadtlogistik finden mittlerweile Fahrräder als Lastenrad- oder Cargobikes Verwendung. Die Absatzzahlen sind enorm gestiegen. So wurden im letzten Jahr 4,3 Millionen Fahrräder verkauft und davon 1,36 Millionen als Pedelecs. In diesem Jahr waren es bereits 3,2 Millionen Fahrräder im ersten Halbjahr und davon 2,1 Millionen Pedelecs. Dies bedeutet, dass wir einen Trend zu immer höherwertigen Fahrrädern haben. Immer höherwertige Fahrräder benötigen immer höherwertige Fahrradabstellanlagen. Auf einem einzigen PKW-Stellplatz können Sie bis zu 10 Fahrräder abstellen. Das reduziert die Parkplatznot in den Innenstädten. Was zeichnet eine gute Fahrradabstellanlage aus? Sie muss zum Ersten gut zugänglich sein und natürlich ausreichend dimensioniert. Eine höhere Akzeptanz erreichen Sie, wenn die Fahrradabstellanlage in der Nähe des Zielortes installiert wird. Es ist wichtig, dass sie rahmen- und reifenschonend ist und selbstverständlich langlebig. Die Fahrradabstellanlage sollte ausreichende Möglichkeit bieten, Fahrradsicherungsmaßnahmen anzuschließen. Schutz vor Witterung, Vandalismus oder Diebstahl und vor Witterungseinflüssen bieten überdachte Fahrradabstellanlagen. Wie errechnet sich der Platzbedarf für eine Fahrradabstellanlage? Grundsätzlich benötigen Sie einen seitlichen Abstand von mindestens 80 cm zwischen den einzelnen Einstellplätzen. Wenn Sie auf eine abwechslende Hochtiefeinstellung gehen, reichen auch bereits 50 cm aus. Bitte berücksichtigen Sie aber auch eine ausreichende Verkehrsfläche zum Rangieren der Fahrräder. Wir unterscheiden bei den Anforderungen für die Fahrradparksysteme stark nach der Anwendung. Beim Kurzzeitparken reicht es vollkommen aus, einen einfachen Einstellbügel vorzuhalten, weil die Dauer des Parkens in der Regel wenige Minuten nicht überschreitet, wie zum Beispiel der Besuch beim Bäcker. In Bereichen der Bahnhöfe oder aber bei Arbeitgebern und Kommunen, wo die Fahrräder ganztags abgestellt werden, benötigen wir höherwertige Fahrradabstellanlagen, die dann idealerweise auch einen Witterungsschutz besitzen. Wie ermittelt man den Bedarf? Na, am einfachsten natürlich durch Zählen. Mal gucken, wer alles mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt. Berücksichtigen Sie dabei aber die Steigerungsraten in der Fahrradnutzung. Es gibt aber auch gesetzliche Vorgaben. Und diese finden Sie in den Landesbauordnungen der Länder oder in den kommunalen Stellplatzsatzungen. Wenn Sie das Thema interessiert, die WSM hält für Sie ein kostenloses E-Book zum Download bereit. Welche Arten von Fahrradparksystemen unterscheiden wir? Da sind zum einen die Anlehnbügel. Diese Art von Fahrradabstellanlagen ist für mich die eierlegende Wollmilchsau. Denn hier können schließlich alle Fahrradtypen abgestellt werden. Egal ob Rennrad, Mountainbike, Lastenrad, Kinderrad, wie auch immer. Die Abstände sind frei wählbar und die Fahrradabstellanlage selbst ist günstig zu erwerben. Ein sehr bekanntes Einstellsystem sind die Einstellbügel. Die Einstellbügel ordnen die Fahrräder, sind allerdings auch nur für das Kurzzeitparken geeignet. Dafür sind sie sehr, sehr günstig und nutzen den vorhandenen Stellraum optimal. Deutlich besser die Kombination mit Anlehnbügeln. Die Anlehnbügeln verhindern das Umkippen des Fahrrades und es können zusätzliche Diebstahlsicherungsmaßnahmen angebracht werden. Die Fahrradgarage wiederum bietet Witterungsschutz und Schutz vor Vandalismus und Diebstahl. Außerdem hält sie die Möglichkeit vor, eine Ladevorrichtung zu installieren. Damit sind wir wieder beim Thema E-Bike. Doppelgeschossige Anlagen nutzen den vorhandenen Raum natürlich optimal, weil Fahrräder auf zwei Ebenen abgestellt werden können. Die Benutzung der oberen Ebene wird durch Gasdruckzylinder vereinfacht. Eine Alternative sind vertikale Fahrradlifte. Auch hier besteht die Möglichkeit, auf engem Raum möglichst viele Fahrräder unterzubringen. In Kombination mit einem Fahrradkarussell und einer Überdachung hat man dann sogar noch den Witterungsschutz dazu. Das Optimum ist die überdachte Fahrradabstellanlage. Die überdachte Fahrradabstellanlage bietet dann auch im Sinne der Nachhaltigkeit die Möglichkeit, zum Beispiel eine Vogelschutzverglasung unterzubringen, Photovoltaik in Verbindung mit LED-Beleuchtung oder ein Gründach anzubringen. Das Thema Gründach wird immer wichtiger. Denken Sie nur an die Starkregenereignisse, denken Sie an das Insektensterben, denken Sie an das Mikroklima der Innenstädte. Hier hält die WSM ein patentiertes System vor. Wir bei WSM denken nicht mehr in Produkten, wir denken in Lösungen. Zur Entlastung der Innenstädte ist es notwendig, die Lieferdienste außerhalb der Städte zu lassen, Umschlagepunkte, sogenannte Micro-Hubs zu errichten und von dort aus dann die Ware mit Lastenfahrrädern, Cargo-Bikes in die Innenstädte zu bringen. Auch das Thema Fahrradparken beim Arbeitgeber beantworten wir mit der Bike Business Station, wo die Fahrräder der Mitarbeitenden sicher abgestellt werden können, witterungsgeschützt, es kann ein Service durchgeführt werden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich dort auch umziehen, gegebenenfalls auch duschen und ihre Kleidung dort unterbringen. Ja, die richtige Infrastruktur für die Mobilität von morgen, das ist das Thema von WSM. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.